You know who it is, black and white, black and white, black and white, black and white Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge Let's play Mildschrift Auto Rise Real Life Ja wir sind hier... oder? Ehh... wo ist die nächste? Ja wir wissen... Achja... So nee das macht er jetzt nicht... Naja... Ähh... 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 das Auto... mein Auto bestellen sich nochmal... Was steht hier? WTF wieso steht das hier? Ich will... Lock... 2 Ok Wieso ist da ein Riss in der Scheibe? Wie sieht das aus? Ähh... wir wollten Müll abfüllen... Na toll... Müll abfüllen... Die Folge... ich glaube diese Folge kommt heute an diesem Tag noch ziemlich spät... Man sollte vielleicht öffnen... Wieso? Auch nicht gestern nicht öffnen... Ok ich bin weg... Tschüss... Ich wollte den auch lieber mal ab... Ich dachte dann müsste ich kurz... ... die Stadt sind... ... und kam nochmal genau so gut wie es war... ... aber... Nö nö nö... Es lass ich jetzt mal... ... und dann irgendwie gar was mit Bandeln... ... 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 Irgendeine Zahl kriecht er irgendwie immer. Naja. Wir müssen das eigentlich hier so ganz gerade durchführen. Das war jetzt kein Aufflug-Fahrzeug, aber ich tue es mal so. So hab ich nicht wüsste, was das für ein Fahrzeug ist. Wo ist das? Ja, nach oben ist ein Stück raus. Ich fahre mal los, ja? Yeah, dürften. Ach, hier bin ich dann sonst auch mal. So, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen schneller war. Tja! Naja. Naja, was ist das? Hm. Ich weiß nicht, wie weit ich denn jetzt in dieser Folge bin, ne? Es könnte sein, dass ich jetzt in den Job wirklich auch schon den... ... den ich jetzt mal praktischen kann. Wow. Manu... Ich muss jetzt... Scheiße, ich muss jetzt direkt in den Vorhof fahren. Das kommt davon... Hm... Schön. Ha. Naja. Das kommt davon, dass wenn man nicht wüften will und... ... äh... ... der Abhang ist keine Leichtplanke und sowas. Irgendwann nicht wüften kann man so. Der Legi ist cool. Ich weiß gar nicht, was ich uns noch erzählen soll. Hm. 13.07.2013. Ja. Ohne Worte. Ich bin genau an derselben Stelle runtergefallen. Ich... Ich lerne noch nicht dazu, ne? Mal sehen, ob schnell ich nochmal runterfalle. Schöne Spuren zu lassen. So... Jetzt ganz langsam, Mann, ganz langsam, ganz langsam, ganz, ganz, ganz langsam. Ganz langsam, ganz langsam. Naja, fast. Ist hier nicht irgendwo der Tunnel? Ohnei. Ich glaube, da ist noch eine Straße, wie ich neben da nicht ist. Ohnei. Ich glaube, der Weg hier ist so... Das ist nicht gut. Ohnei... Ahnei... Ich glaube, der Weg hier ist so... Das ist nicht gut. Ach ja, stimmt, den muss ich hier wieder aufs Bruch machen. Ich versuche, ich da raus zu springen. Ne, ich lass es lieber. Ist dann weggeflogen. Naja. 227 Dollar. Schön. Schön, 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 schön. So. Ich muss mir später vielleicht auch irgendwie mal einen Aufruf rankaufen. Weil so oft wie ich jetzt hier unterwegs bin... Es ist, naja, nicht gerade sehr rüber. Okay, es passt. So. Muss ich jetzt links oder rechts? Rechts. Oh Mist, ich bin falsch gefahren. Ein bisschen. Naja. Kann ich hier noch ein bisschen durchs Gelände fahren mit dem Sportwagen. Ich hab den perfekten Waben fürs Gelände. Ein schöner Sportwagen. Sportlich durchs Gelände. Bitte. Bitte mitsch. Sind auch Häuser. Naja. Aber ich werde einen kleinen Umweg fahren. Oh ne, doch nicht. Ich bin doch richtig gefahren. Das ist hier doch dieser schräger Weg. Wenn man gerne eigentlich mal runterrutscht. Aber... Nicht mit mir, nicht mit mir, nicht mit mir. ... Ding. Glauben wir. Ja, geschafft. So, da bin ich wieder, grad ist mein Spiel irgendwie abgeschützt, und ja, ich glaube, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich darüber wieder hingefahren bin. Weil es ist... Scheiße, ich weiß jetzt nicht, ob mein Auto hier hinten steht. Ja, ist schön, aber wenn nicht, dann bin ich am... Ich glaube, jeder weiß, was sich das hier investieren würde. Okay, mein Auto ist nicht da. Schön, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich verloren habe, aber naja. Auf jeden Fall ist jetzt repariert, und wir sehen uns gleich, wenn ich mich hinten angekommen bin.